Wie sind Sie zu der Politik gekommen und dann auch später vielleicht im Rückblick? Hat sich das Engagement gelohnt? Lohnt es sich noch? Ich war eigentlich immer schon ein sehr politischer Mensch, vor allem ein sehr großer Gerechtigkeitsapostel. Deswegen habe ich mich immer interessiert, was passiert in dieser Welt, warum gibt es so viele arme Menschen und auf der anderen Seite so viele Reiche. Das war so in den Jahren zwischen 68 und 70 eben auch in der Studentenzeit, wo man ohnehin aufbegehrt hat gegen alles, was konservativ und einfach zu wenig progressiv war in dieser Zeit. Wie gesagt, ich habe mich sehr stark interessiert für die Politik in der dritten Welt, sogenannten dritten Welt. Und dann kam eben Willy Brandt, der mit dem Anspruch kam, mehr Demokratie wagen, Gleichberechtigung und so weiter. Das hat mich unglaublich fasziniert und deswegen bin ich dann in die SPD eingetreten und war tatsächlich elf Jahre lang SPD-Mitglied, auch als Juso unterwegs. Und dann kam aber der berühmte NATO-Doppelbeschluss, also die Stationierung von Pershings und Cruise Missiles in Deutschland unter Kanzler Schmidt. Und das war dann immer meine SPD und deswegen bin ich 1982 aus der SPD ausgetreten. Ich habe dann während dieser Zeit an meiner Magisterarbeit geschrieben, nämlich gewaltfreier Widerstand in der Ökologiebewegung und habe da sozusagen im theoretischen Teil die Widerstandstheorien von Galtung oder Gandhi abgehandelt. Aber im praktischen Teil die Programme von Greenpeace und habe parallel dazu auch die Parteiprogramme gelesen. Und das grüne Parteiprogramm hat mich dann sehr überzeugt. Denn erst einmal setzte sich zusammen aus der Ökologiebewegung, aus der Anti-Atom-Bewegung und aus der Frauenbewegung alles für mich sehr progressive Politikfelder. Und das war der Grund, warum ich dann 1996, Entschuldigung, 1986 bei Grünz eingetreten bin. Ich bin dann 1990 in den Münchner Stadtrat gewählt worden und war dann von 1996 bis 2014, also lange 18 Jahre, Bürgermeister in dieser Stadt. Jetzt sitze ich nach wie vor im Stadtrat, kandidiere aber jetzt im Herbst für den Bayerischen Landtag. Hat sich die Partei im Laufe der Jahre gewandelt? Es ist ja alles im Flow. Es entwickelt sich weiter. Realos, Fundis, die verschiedenen Bewegungen. Und was hat die Partei bewirkt? Natürlich hat sich die Partei gewandelt, aber es hat sich auch die Gesellschaft gewandelt. Gott sei Dank sind die Themen, die die Grünen damals ins Spiel gebracht haben und damals eher so als zu vernachlässigende Themen gesehen wurden, wie beispielsweise die ökologische Frage, die Frage Klimawandel, Umweltschutz, waren ja eigentlich, ich würde mal sagen, 70er, 80er, 90er Jahre, ja nur Themen in einer Nische der Politik, aber nicht Themen, die jetzt so wichtig sind, wie sie heute sind. Das haben die Grünen bewirkt. Darauf bin ich auch stolz. Da habe ich sicher mal einen Teil dazu beigetragen. Aber natürlich haben sich auch die Grünen verändert. Sie wissen, dass man Politik nur umsetzen kann, wenn man an der Macht ist. Also Opposition ist Mist, hat zwar Müntefering gesagt, aber gilt natürlich auch für einen grünen Politiker. Und deswegen ist es wichtig, auch an die Macht zu kommen, um das, was man will, letztlich auch durchsetzen zu können. Und deswegen ist es wichtig, auch an die Macht zu kommen. Das ist wichtig, auch an die Macht zu kommen.